Wird 30 Days on Ship der neue Survival-Hit, geht man nach dem Hype auf TikTok und den Aufrufzahlen des Trailers, könnte man das zumindest denken. Ja, in diesem Spiel geht es darum, 30 Tage auf einem Containerschiff zu überleben, das gestrandet ist und möglicherweise auch sinkt. Ja, man hat es hier mit Unwetter zu tun, man hat es mit Tieren zu tun, man muss sich irgendwie eine Unterkunft bauen und ja seine Gesundheit aufrecht erhalten und ja hier mitten im Pazifik eben diese 30 Tage trotz aller Widrigkeiten zum Trotz überleben. Und man macht sich hier die Inhalte der diversen Container zunutze und muss schauen, dass man sich daraus etwas Brauchbares zusammenschustert, was einen vor den Widrigkeiten der Umwelt schützt und was einem Verteidigungsmöglichkeit gegen verschiedene Tiere gibt, die sich eben auf dem Schiff tummeln können oder die sich unter Wasser tummeln können. Man muss Materialien abbauen, man muss sich um Essen und Trinken kümmern. Ja, hier relativ simpel eigentlich, Ausdauerstärke, Hunger. Also so ausgefeilt scheinen diese Spielmechaniken nicht unbedingt zu sein. Dieses von Publisher Playway herausgebrachten und von Clebson Games entwickelten Spieles. Ja, Playway ist dafür bekannt, Spiele zu publishen, die teilweise eine gewisse Sogwirkung auch entfalten, manchmal aber auch ein bisschen trashig sind, zumindest meiner Meinung nach. Aber hier geht es ja schon gleich richtig zur Sache, wie wir gesehen haben. Kosten und Erscheinungstermin sind grundsätzlich noch nicht bekannt. Allerdings ist hier auf der Steam-Seite angegeben, dass das Spiel bald verfügbar sein soll. Das muss aber nicht unbedingt etwas heißen. Das Ganze ist als Singleplayer-Spiel ausgelegt, wobei jetzt schon fleißig diskutiert wird, dass man hier oder fleißig gewünscht wird, dass man unbedingt einen Multiplayer-Modus haben möchte. Kann ich kooperativ zumindest verstehen. Mit PvP wird es vielleicht ein bisschen schwierig auf dem Containerschiff. Und ja, während der Ton lediglich in englischer Sprache zur Verfügung steht, werden Oberfläche und Untertitel hier eben auch auf Deutsch angeboten. So, hier ist auch nochmal ein bisschen das Spiel beschrieben. Versetzen sich in einem Spiel nach einer Schiffskatastrophe in die Lage eines Schiffbrüchigen. Sie befinden sich auf einem riesigen Containerschiff, das an einem felsigen Ufer gestrandet ist. 30 Tage überleben und alles nutzen, was man an Bord findet. Ich kann hier nur spekulieren, dass diese 30 Tage eben die Zeit sind, die man überleben muss, bis man hier gerettet wird. Und ja, so kann ich mir vorstellen, dass man hier ja den einen oder anderen Anlauf braucht und vielleicht auch unterschiedliche Spielrunden erleben kann. Und man hier vor allen Dingen darauf angewiesen ist, was man in den Container findet. Hier steht nochmal unvorhersehbare Stürme, wilde Tiere, Schutz aus Überresten des Schiffes bauen, um die Gesundheit kümmern und eben hier in völliger Isolation irgendwo erleben. Ähnlich Castaway oder auch anderen Filmen, die man so kennt. Und ich habe da ja so einen ähnlichen Film, mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt, in jüngster Vergangenheit gesehen. Allerdings war das noch ein bisschen extremer, wie ich finde. Da war eine junge Frau in einem solchen Container und der Container ist über Bord gegangen. Und sie schwamm dann nur in diesem einzelnen Container über die Weltmeere und musste sich aber auch hier die Dinge zunutze machen, die in dem Container zu finden gewesen sind. In jedem Fall ein spannender Ansatz für ein Spiel. Auch hier wird sich wieder die Frage stellen nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich denke mal, für einen schmalen Geldbeutel irgendwas zwischen, weiß ich nicht, oder irgendwas bis 25 Euro, denke ich mal, könnte hier ein guter Preis sein für ein solches Spiel. Und das ist sicherlich auch mal interessant, wie es hier mit der Dauermotivation freilich aussieht und wie ausgefeilt die Spielmechaniken hier sind. Das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Ja, und das müssen wir mal beobachten. Und auch, ob das Spiel in einer vollen Version erscheinen wird oder in den Early Access, weiß ich nicht. Zumindest ist nichts zum Thema Early Access angekündigt. Im Video und hier auch auf den Bildern kann man so ein bisschen erkennen, dass man offensichtlich auch mit Fahrzeugen sich hier über das Schiff bewegen kann. Wie sinnvoll das ist, das steht freilich auf einem anderen Blatt. Hier ein Feuerchen kann man sich machen aus Reifen. Ja, man hat es mit gefährlichen Tieren zu tun. Wie gefährlich die sind? Naja, der Hai, der wird schon ziemlich gefährlich sein. Und ja, hier sieht man nochmal, dass man ja so ziemlich alles einsetzen kann. Also auch noch Spiele im Spiel hat, wie zum Beispiel hier mit einer Drohne umherzufliegen. Ich weiß nicht, ob es eine Kameradrohne ist, mit der man sich Dinge anschauen kann. Es sind auch Container im Wasser und unter Wasser, die vielleicht einen hochwertigeren Loot hergeben oder den man sich irgendwann bedienen muss, wenn man die Container hier auf dem Schiff durchgeschaut hat. Man kann auch nicht jeden Container sofort öffnen. Ja, man muss sich hier zum Teil ja noch den geeigneten Dosenöffner besorgen, will ich mal sagen. Gut, hier mit entsprechender Tauchausrüstung im Wasser. Und ja, was sehen wir hier? Überfall der Krabben und offensichtlich kann man sich hier auch robust verteidigen, wenn man entsprechende Waffen und Munition findet. Auf jeden Fall ein interessantes Containerschiff. So hier, ich gehe mal nicht davon aus, dass man mit dem Auto durch die Gegend fahren kann, aber zumindest kann man hier Teile ausbauen, wie hier eine Batterie, die man für was auch immer gebrauchen kann, die eine gewisse Ladung hat. Wenn man aber mal im Video schaut, da hat sich da der Spieler ja einen eigenen Wohnraum auch eingerichtet, einen Fernseher aufgestellt. Ob man das dann betreiben wird können, weiß ich nicht. Ja, und hier hat uns offensichtlich der Wahnsinn schon gepackt. Und im Sturm sind wir hier mit einem Gummifährt-Schwimmreifen unterwegs, wie dem auch sei. Und hier sehen wir nochmal so das Gesamtbild des gestrandeten Schiffes. Ja, gucken wir ruhig nochmal hier den Trailer an. Lassen wir den ruhig nochmal durchlaufen und auf uns wirken. Da kann ich jetzt selber auch nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Also wenn das nicht nur ein Überflug ist, also es scheint tatsächlich eine Kameradrohne zu sein. Also wie gesagt, das ist nicht uninteressant. Das könnte natürlich aber auch rasch langweilig werden, kann ich schwer einschätzen. Was ich auch schwer einschätzen kann, ist, ob das Ganze vielleicht ein bisschen procedural ist, ob jedes neue Spiel ja nochmal andere Herausforderungen bietet. Ich kann mir aber wohl vorstellen, dass die Gegenstände, die man hier finden kann, nicht immer an derselben Stelle zu finden sein werden. Ja, lasst du auch gerne mal eure Meinung hier in den Kommentaren da. Das würde mich mal interessieren, ob 30 Tage auf einem Schiff oder 30 Days on a Ship eurer Meinung nach dem Hype gerecht wird oder ob es nur ein Pseudo-Hype ist. Ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, aber in jedem Fall ist es ein Spiel, auf das ich zumindest mal gespannt bin und das ich mir vielleicht auch ansehen werde. Aber so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Jedenfalls Survival und Hype ist es auf jeden Fall schon mal wert, wenigstens mal über das Spiel zu berichten aus meiner Sicht. Ja und bisher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Hai. Ich meine bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bei euch. Ciao.